hey leute was geht ab hier ist wieder franks extreme ich bin euer schmidi und auf geht's heute zum community stream oder besser sagt zu der community auswahl von letzter woche heute mit landwirtschaft simulatoren das habt ihr euch gewünscht das wird heute gezockt schade muss ich ehrlich sein schade weil im hintergrund läuft nämlich gerade hogwarts legend sie und zwar mein download morgen könnte es sein dass ich ausnahmsweise nicht meine ls 3 macht sondern direkt mal in hogwarts reinschauen wir mal wie weit ich heute auf meinem hof kommen und genau dann entscheide mal was wir morgen machen aber ich hätte voll bock auf hogwarts wenn ich ehrlich bin so jetzt schauen wir mal ganz kurz moin ls opa grüß dich hallo jetzt schauen wir mal ganz kurz was die abschließung macht so moment so hier sehen wir aktuell gerade für nächste woche 1855 ist ja die die auslösung heute oder die ja genau da schmeißen wir das rad an ich habe hier schon mal das rad vorbereitet horror und shooter weil aktuell steht es nämlich gerade vier zu vier ob es nächste woche dienstag ein shooter stream gibt oder ob es nächste woche dienstag in horror stream gibt schauen wir mal wie gesagt bis 18 55 habt ihr noch zeit abzustimmen vielleicht wird sie noch was ganz was anderes schauen wir mal ich bin echt mal gespannt wie es wie es wird also so knapp war es das letzte mal auf jeden fall nicht gut dann würde ich sagen ballern wir doch mal durch schauen auf meinen hof und mal schauen was überhaupt zu machen ist die muss nämlich ehrlich gestehen seit letzter woche mittwoch war ich nicht mehr auf meinem hof unterwegs ich habe keine ahnung wie wo was und warum grad basis im wachs ist aktuell der letzte tag vom januar wir schauen mal kurz du ich meine tierchen gras sind da noch genug drehen fressen haben die auch noch sehr schön sehr schön der kuhstall produktivität 100 prozent milch hast roh passt kühler könnte man abpumpe aber auch lachen noch gas drin heu haben wir noch 4000 liter drin king night live grüß dich halli hallo passt aber für mich auch erst mal meine guten schweinchen wasser drehen stroh basis futter proteine wurzeln früchte rei ja piks und würstchen pulled pork und spare ribs die wasser stroh basis oder könnte da bissle mehr rein aber es auch noch alles cool alles passt alles dann gehen wir mal kurz in die produktion ist ja auch immer hier könnte man flügen jetzt sehe ich da waren heute flüge aufträge ist es eine gute idee so schauen wir ganz kurz hier rein mit zuckerrübe produktion an zuckerrübe läuft teilen passt alles hey gute morgen und schöne grüße an der andere teil vom schöne ohne wald und alles klar bei dir zuckerrübe zuckerrübe haben wir auch verteilen dreckliches grünzeug haben wir ebenfalls verteilen passt soweit passt soweit läuft auch gute sonne blume passt auch passt auch kall kann man aktuell gerade nicht silage was ist das denn scheiß zuckerrübe wald futter silage hier müssen wir silage rein fahren holz könnte man nachher noch machen das wäre noch eine idee was ist mit erdbeeren grüße rückwärter lieber alles bestens alles bestens 18 55 da muss schon mal reinschauen 18 55 mache ich die aus die auswahl für nächste woche für meinen dienstags stream falls du nicht gewählt hast hier schnell schnell drauf und schnell eine stimme abgeben so guck mal die dreckliche erdbeeren was machen wir mit der verkauf bekommen was macht dein stream ist schon weiter gekommen einrichter oder hängst noch fest oder oder wie or what so oliver die maiskolbe passt auch noch bis acht okay sehr geil wie gesagt sobald du mit dem streamer anfängst sagst du bescheid ich bin da kannst du mir nicht versprechen dass ich jedes mal da bin aber ich ich guck auf jeden fall ja ich guck auf jeden fall vorbei das verspreche ich dir grafik hat eine katastrophe gell wirklich wirklich katastrophe ich hab mir letztes jahr habe ich ja meine 3070 ti gekauft puh ähm ja genau da latsch schon mal richtig hin so dreckliche sojabohne das erste was man brauche ist silage und dann fahren wir zum flüge was ist hier los los oben und wenn wir die seite pendeln nicht so eine kleine sekunde und so jetzt einmal kurz eingesteckt und ausgesteckt fertig aus nach wir belceks doch jetzt wieder traktor und der lkw wird hof silage 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 cat gras und mal erst mal dahinter die silage brauche silage muss dahinter und mal erst mal dahinter ordentlich die strom produktion wieder voll aber müsste ich gehen was ist hier los keine silage drin 600.000 liter naja sicherheit und wir könnten auch silage verkaufen hier eine möglichkeit das machen wir auch noch schön dass kohle reinkommt der pumpe das ding dahinter randvoll und dann verkaufen wir noch silage ich glaube nämlich im januar sind die verkaufspreise am höchsten was ich sage was ich hier da ist silage sie kann Ihr Januar ist am 3 Ja, wir müssen hier Silage verballern bis zum Gegner. Hey, Felix, ich grüße dich. Stefan, jetzt geht's aber los. Oh, mein Bester, wie geht's dir? Falls irgendjemand noch nicht gestimmt hat, Ausrufezeichen Dienstag, haut bitte noch in die Tasten. Denn aktuell ist es sehr spannend, da Shooter und Horrorgames gerade zusammen gleich platziert haben. Spätschicht ist doch gut, oder? Spätschicht ist doch prima. Wie die Lage, bei mir ist alles super, wirklich. Ich bin erst aufgestanden, so Runde mit dem Hund spazieren gange. Könnte nicht besser sein. Morgen weiß ich noch nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen LS spiele. Ich weiß, Mittwochs ist normalerweise mein LS-Tag. Aber ich bin am Hintergrund gerade am Hogwarts Legends-Sea-Download. Und durch das, dass ich eine Nachtschicht habe, kann ich heute Abend schlecht mal reinspiele. Und ich würde eigentlich morgen schon ganz gern mal in das Spiel reinballern. Zudem ist ja auch gerade Januar bei uns auf dem Hof. Was ja so viel heißt wie, das Geschäft ist ja sowieso nicht so da. Ich glaube, da kann man mir das auch mal verzeihen, wenn ich mittwochs aussageweise kein LS-Spiel, oder? Oder was meint ihr? Ihr gönnt mir das doch bestimmt auch. Oh ja, das ist eigentlich hier mit Musik. Nein, nicht. Was ist denn hier eigentlich schon wieder auf meinem Metal-Hof los? Was ist denn hier eigentlich schon wieder auf meinem Metal-Hof los? Wie schaut es mit der Musik aus? Zu laut? Zu leise? Oder in Ordnung? Könnte es ja auch hier... Aaaaaaahhhhhh! Ich weiß nicht. Ich habe doch hier so viel Geschäft, Stefan. Irgendwie seitdem wir hier auf dem Niedersachsen-Spiel habe ich ein bisschen die Lust an den No-Man's Land verloren. Sei da ganz ehrlich. Bisschen traurig, aber ist halt so. Als Wurm, hä? Ich bin eine Freundin der Landluft. Ich grüße dich. Hallihallo. Na, wie geht's? Und so. Ja, aber, ähm, Stefan, ich glaube, mein neues Herzstück wird wirklich die Niedersachsen werden. Ich glaube, die... Ich glaube, die... Die gute No-Man's Land, die muss pausieren. Ich glaube, ich stecke meine Energie lieber hier rein. Jetzt kann es nur noch besser werden. Oh! Hohohohoho! Jetzt geht's los. So, jetzt hauen wir hier mal das ganze Stellage voll das Anhalt. Wie schaut's mit Musik aus? Ist es zu laut oder zu leise? Weil ja bei meinem Marble Stream am Samstag, da habe ich sie recht laut gehabt. Jetzt habe ich sie einfach nur mit grob runtergedreht, in der Hoffnung, das passt so ungefähr. So, rein gefahren. Bin's okay. Alles klar. Prima. Weißt du, du zockst auch, Alice, oder? Oh, Hanselmichel, ab wann setze man das Server auf? Auf fünf Tage. März? März oder jetzt schon im Januar? Nee, März haben wir gesagt, glaube ich. März 3, alles klar. Nur gucken, dass ich es nicht verpasse. Falls ich es übersehen sollte, sei mir nicht so gut und schreib mir noch mal kurz. Ab und an beruflicher Geschichte unterschiedlich. Ja, das ist zum Kotze, gell. Schichtarbeit ist echt. Ist auch für meinen Stream ist es immer sehr, sehr blöd. Weil ich bin normalerweise auf, äh, früh- und spätschicht. Und, äh, das ist halt immer unter einem Hut zu kriegen, dass es, dass es regelmäßig halt, dass es eine regelmäßig reinkommt, äh, äh, regelmäßigkeit reinkommt, ist echt beschissen manchmal. Aber ist halt so, gell. Aktuell habe ich es ganz gut, weil ich auf der Nachtschicht bin. Dann passt es eigentlich bei mir sehr, sehr gut. Aber schon, ha, 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 ja, du kennst mich halt mittlerweile auch. Hä, ha, 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 ha. Kennt mich ja mittlerweile auch schon ein paar Tage. so eigentlich könnte ich das aber auch anders da mache ich könnte es hier mal aus ich habe jetzt silage baller lager silage baller aus ich sag ihm einfach schachern jetzt einfach alles was geht alles muss raus ich brauche kohle als nur ls oder andere sache ja das glaube ich dir das glaube ich dir wirklich ich sag sagst du ls oder auch andere sache ich bin so ein all around gamer ich zock so alles mögliche alles aber nix perfekt ich kann mich schnell an irgendwas motivieren an irgendwelche spiele das wollte ich jetzt gerade meine produktion die mucuf da habe ich noch 1,9 mili silage drin da brauche ich definitiv nix ls ets aber ok ich habe auch mal ein bisschen reingezockt radioaktiv gamer ich grüße dich gta 5 habe ich auch ein bisschen reingezockt ist auch ein sehr witziges game ist aber so ja so es hat mich jetzt nicht so gefesselt sagt was mir so es ist wirklich lustig sehr viel gelacht sehr viel spaß gehabt aber ist nicht so dauer ist ja zugeben ich habe mich da ein bisschen extrem blöd angestellt sobald hier alles steht wie ich das gerne hätte jetzt hier mal eine halle hingebaut sache die man frei herum stehen aber ich bin halt ein armer landwirt armer landwirt nicht wie eine millionenbauer wie ist sie mal zieg bei mir auf dem ohrrecht leise lexatron ich grüße dich falls irgendjemand noch nicht abgestimmt hat um 18.55 haben wir hier unsere auslosung für nächste woche haut geschwind rein hier auf den link kommt dazu zur straw poll zur abstimmung 18.55 losen wir dann von der kategorie was ihr abgestimmt habt aus in das spiel was nächste woche dienstag hier auf meinem channel laufen wird nur keine falsche scheu ballert rein in die taste ls heute ist nämlich auch die entscheidung vom von der letzte abstimmung letzter woche dienstag ich hätte wirklich mit viel gerechnet aber nett damit dass im stream also in der abstimmung ls rauskommt hätte ich wirklich nicht gedacht und und so war dann wir mal aus silage rund und 40er quader balle alle und 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 das Lexadron, wie ist bei dir die Lage? Wie geht's dir heute? Was macht WoW? Dann kriegen wir sie. Ah nein, um die Arschlecke reicht's nicht. So, aber. Aber, aber, aber. Wir laden hier mal ein bisschen ab. Dann kommen wir nochmal her. Vielleicht reicht's ja dann. Sag mir, ballern jetzt die... Anlage dahinter. Ah, fast meine Wolle. Ich fallern jetzt die Anlage hier krabbelt voll. So, Frockett. Entschuldigung, ich arbeite. Hahaha. Okay. Ja, ähm. Soll ich dir was sagen? Ich hab gestern... Hab ich mich wirklich mal hinguckt. Und hab mal wieder angefangen... Und hab mir einen kleinen Hexer erstellt. Aber Klassik, wohlgemerkt. Klassik. Klassik WoW. Ich hab mir gedacht... So, jetzt hock ich mich mal wieder hin. Und ich geb mir jetzt mal... Ich mach mal das, was ich jetzt schon seit einem halben Jahr labere. Ich guck mal wieder in WoW rein. Aber wie gesagt, ich hab mir leider keine große Zeit gehabt. Aber ich hab mich zumindest hinguckt und hab mal wieder reingespielt. Aber Klassik. Bei mir halt Klassik. Ach komm, Wege. Zwei Balle reicht jetzt nicht, oder? Da ist schon nix drin. Ich glaub, ich kotze zum Stahlgang. Klassiker, Wege. Einen Balle. Hahaha. Na gut, ist halt so. So, jetzt gehen wir erstmal Fett verkaufen. Mal anständig verschachern. Dann machen wir mal die zwei Pflügeaufträge. Und dann... Machen wir mal ein bisschen Holz. Ich finde, wir haben schon lange kein Holz mehr gemacht. Ah, ich hab immer noch nicht... die... die Schlachterei drauf gemacht. Ja, war das zufällig schon mal reingeguckt in die Schlachterei? Oder soll ich sie einfach mal auf gut Glück draufschmeißen? Das ist fucked up. Ohohohohohohohohoh, you stood hard los. Und jetzt geht's. Ich brauche mir eigentlich noch ein Feld kaufen. Ich brauche dringend Hirse. Hirse, Hirse. Hirse. Mitsu! Moin Moin Mitsu. Hast du Feierabend oder bist du noch auf der Baustelle? Unterhältst du wieder die Nachbarschaft auf der Baustelle? Erste. Hier ist er. Erntezeitraum. Saatzeitpunkt. April. Ah gut, okay. Super. April, gut. Bis dahin muss ich mir noch ein Feld holen. Feierabend, weil es so kalt und so gut war. Hahaha, okay. Es ist echt scheiße kalt gerade, gell? Da gäbe ich da wirklich recht. Mit zu, falls du dir nicht abgestimmt hast, Ausrufezeichen Dienstag. Für den nächsten Dienstag-Stream, warte mal, Dienstag. Für den nächsten Dienstag-Stream kannst du noch deine Abstimmung reinschmeißen. Wenn du Bock hast. 18.55 Uhr mache ich die Auslosung hier. So, abladen. So, abladen. Ah, schon gemacht, sehr schön. So, mal ganz kurz reinschauen. Uff, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, schauen wir mal ganz kurz rein. So, vorhin war es ja noch so. Shooter und Horror mit 4-4 auf dem ersten Platz. Jetzt mittlerweile Simulationen, überholt mit 6 Stimmen. Jetzt, äh, so schön aktualisieren. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Simulationen doch nochmal ein ganz schöner Schub gemacht. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil ich habe ja nur zwei Arten von Simulationen. Also entweder ETS oder LS. So, so in mich hinein hoffe ich ja, dass ETS nicht drankommt. Weil ich habe, ähm, die ganze Erweiterung, ich habe noch gar nichts downgeloadet. Ich habe, seit wir damals, ähm, mit der Niedersachsen hier angefangen haben. Seitdem wir wieder in Niedersachsen angefangen haben, bin ich jetzt zu nichts mehr gekommen. ETS, LS würde ich sagen. Erster das und dann das meinst du? Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Auf der anderen Seite, dann hätte ich auch mal wieder die neue ProMods runtergeladen und so weiter und so fort. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Warten wir mal ab, was kommt. Warten wir mal ab, was kommt. Achso, Ausrufezeichen Samstag. Oh ne, halt. Oh ne, stopp, 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 stopp. Halt, stopp. Über eine Stunde gebraucht hat alles funktioniert, aber ETS. Oh no. So, warte mal ganz kurz. Moment, ne, dass wir jetzt hier... ganz kurz in meinen, äh, Streamer-Bot rein. So, Action. Samstags. Nein, ich hab's noch nicht. Aha. Ah, so. So, am 4.3., jetzt haben wir's richtig. Am 4.3. findet die nächste Community Night statt. Deswegen auch noch, wer Lust hat und noch nicht gemacht hat, können dann liebend gern auch für den... für den vierten, dritten, für den vierten, dritten Abstimmer schon. Im Discord nehme ich natürlich auch noch gerne andere Spiele-Idee an. Also, wir müssen nicht immer, wenn irgendjemand sagt, Golf ist das Spiel für die Community, dann spiele ich mit euch auch Golf. Wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, wir spiele im Stream Halma, weil Halma das Community-Spiel ist, dann können wir auch gern das machen. Ja, da bin ich vollkommen bereit für alles Mögliche. Also, Vorschläge gerne in Discord rein und dann wird abgestimmt, abgestimmt, abgestimmt. Online-Monopoly mit Tod und Zerstörung. Von mir aus hat das... So was, Lexadron. Wenn's sowas gibt, ist das bestimmt witzig. Und bin ich da natürlich auch sofort dabei. Aber ganz ehrlich, wenn jemand reinschreibt, hier bei Spiele-Vorschlägen oder Spiele-Ideen, Monopoly-Hater, nehme ich das auch mit in die Liste auf. Ich bin da wirklich, ich bin da vollkommen frei. Ich will nur, dass der Großteil der Community, wo Bock hat, dass die mitspielen können. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Online-Monopoly. Schaut mal, wenn jemand mal Zeit hat, schaut mal in den Browser rein. Ob sowas gibt, bestimmt, oder? Online-Monopoly. Weil ich hasse Monopoly. Hassmonopoly auf den Tod. Darf ich auch Mario Kart schreiben? Wenn dann aber auf der Switch? Caro. Wenn das dein Wunsch ist, können wir auch gerne Mario Kart spielen. Klar, warum nicht? Also wie gesagt, im Discord unter der Rubrik, wo haben wir es? So ein Pöbel-Spiel. Wie gesagt, aber wenn dann auf der Switch halt. Im Discord unter, rund um den Stream, Spiele-Ideen. Haut rein, haut rein. Von mir aus. Können wir auch zu 20. Mario Kart-Spiel. Das ist bestimmt witzig. Ja, das wäre cool. Das wäre echt geil. Also wie gesagt, haut mir mal Ideen rein. Wenn ihr was Geiles findet. So wie Gatic Phone zum Beispiel. Gatic Phone kam ja von Stahlträger Johnson. Genau, Stahlträger Johnson hat mich auf das Spiel gebracht. In der Art total unbekannt. Habe ich noch nie vorher gehört. Ich habe mir erst gedacht, ah, was ist das für ein Scheiß. Aber mit eins der geilsten Games, was ich bis jetzt gespielt habe. Ich habe Tränen gelacht. Ich bin fast verreckt vor lauter Lachen. Also wenn ein Spiel geil war, dann Gatic Phone. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Cradle of Filz einfach lieb. Dass es so eine geile Band ist. Oh, Puli. 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 Der ist schwach auf dem Brüsterkleider. Bisschen schwach auf der Brüste Kleider. 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 abends muss hier zur nachtschicht was okay als reine wiss gott ja wohl reinschauen wie gesagt eigentlich reicht mir der der wasser denn was man schon drauf haben wird ja von ganz reiche aber wenn man empfindet er noch cooler ist dann liegen gerne und ab 10.000 was kosten eigentlich das nächste feld neben mir weil wie gesagt ich brauche dringend ein hier so fällt die sieben 50 sich auch die haben wir schon die kürze 200 haben wir hier 121.000 krabbelstelle eine 20 schwierig umzuschreien na gut dann hat sich das schon erledigt chevon dann bleibt man lieber bei dem was was mission drauf haben oder oder schauen wir mal in den anderen rein was du das ist wobei bei dem was wir drauf haben habe ich ein bug fund also ich nutze nicht aber mit den mitte hühner ist mir was auffallt wenn man zukauft passt was nicht wo kommt ja immer ein bisschen auf einen selber drauf an ach ja mach mal genau machen wir bitte es wäre cool dann schaue ich da heute abend vielleicht mit heute nacht in der pause und rein oder so genau geil es wäre mega stefan es wäre mega gut da können wir auf einmal rum so schön gepflückt ich weiß nicht mein feld wurscht da die ecke sauber sind noch nicht hühner brauche ich glaube ich noch kann das sein hühnis habe ich keine mehr ja ich habe schafe ich habe kühe ich habe schweine aber hühnis fehler hier vernünftige hühner was habe ich denn da kann 85.000 sich könnte man nicht kaufen dann hätte ich zumindest wieder meine ganze viecher hey grüß dich hallo hallo GlasFantFans FS22PS5 Hallihallo Na, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Und herzlich willkommen heute beim Community Entscheid, dass wir heute LS zocken Weil wie gesagt, jeden Dienstag ist ja die Abstimmung Was ich für nächsten Dienstag Quasi spiele Und letztes Mal hat's entschieden Heute LS Im Hintergrund läuft auch aktuell Gerade noch die Abstimmung Für nächste Woche Bis 18.55 18.55 machen wir die Abstimmung für nächste Woche Deswegen, falls du nicht Abgestimmt hast, schnell rein Schnell abstimme, aktuell steht Simulation Kategorie Simulation mit 6 Stimmen An erster Stelle Danach Shooter, Horror, Renne, Retro, Survival, MMORPG Dann kam lang, lang nichts mehr Also es könnte sein, dass wir nächste Woche wieder Simulation spielen Aber überschaubar, weil Simulationen habe ich nur zwei Stück Das ist einmal LS und das andere ist der ETS Ach so Ja, das ist nochmal Arsch so Ach so Und jetzt kann ich das I navigate Ich kann das Ich kann das Ich kann das Ich kann das Ja, das ist auf der ps5 ich bin mir immer noch am überlegen ob ich mir die ps5 hol oder ob ich sie meine tool mir doch ein bisschen unschlüssig wenn ich ehrlich bin es gibt ja nicht so zwei spiele auf der ps5 was ja nicht so richtig geil finden muss auch richtig reizen wird das ist wohl aber ich weiß ganz genau mit meiner ps4 habe ich vielleicht 50 spielstunde wäre wahrscheinlich nicht andy grüß dich vielen dank für den sap im siebten monat schon zieht sich gerade ball kommt auch unser kind 50 spiel auf der ps5 die katz am arsch okay das ist ihr respekt es gibt genau zwei spiele die mich wirklich reizen würden das wäre zum einer ist neue wwe so wrestling weil wrestling ist der einzige grund warum ich mir immer die nächste playstation holen die wrestling einfach geil findet da bin ich in meiner kindheit irgendwo hängen geblieben finde ich immer noch geil bausimulator ok der reizt mich gar nicht so ich hab da ganz gern zuguckt bei diversen streamern wie bei michael zum beispiel aber ist nicht so ein bausimulator ist nicht so meins es zweite spiel was mich wahnsinnig reizen würde wäre dieses mortal kombat aber das ist ja nur geile moves sind das mortal kombat fände ich glaube ich geil wwe und fifa und gta fifa ist auch nicht so meins aber da wird in meinem junior eine riese freude machen gta cooles geben fesselt mich nicht so grüß dich danke dir für deine riese ab im siebten monat und wie geht's ja da was war ja auch orsten grüß dich danke dir für dein follow herzlich willkommen red dead habe ich einige videos sehen da war ich auch schon kurz davor dass ich es kauf aber diese western story ist nicht so meins aber spiel prinzip und so grafik und bin ich mega geil also dass das kommt cool gerade red dead 2 hat ein hat er hätte noch eine menge potenzial gehabt da ist halt so mein problem solange du noch was zu erreichen hast macht spaß alles gut aber sobald du nichts mehr hast darauf du hinarbeiten kannst hast du keinen sinn mehr in dem spiel ist es nur noch langweilig aber ist es nicht bei den meisten spiele so assassin's creek ist zum beispiel auch totales geiles game aber ich glaube wenn da deine haupt story durch hast weiß nicht ob mich das dann noch reizen würde weiter zu sagen habe ich nicht gespielt ich hatte hier mal stream oder besser die haben streamer den ich öfters mal zugeschaut habe aber jetzt wo ich mich gerade jetzt wo ich gerade vor dem sprecher habe ich merke ich glaube dass das schon lange nicht mehr online war er hat assassin's creed valhalla zum 800 schon mal durchgespielt mit sämtliche klasse mit sämtliche rüstungen wieder von neuen angefangen dann neue waffe von neu angefangen als das war so ein richtiger assassin's creed verrückte das hätte mich das hätten nicht gereizt muss ich ganz ehrlich sein aber muss ja auch solche leute geben wie gesagt ps5 die weiß es noch nicht irgendwann mal ein schön für wwe kürzer nicht wieder gekauft moin mit so wie gesagt der morgen aber normalerweise ist ja mittwochs meinen meine ns tag morgen könnte sein dass ich ihn ausfalle das weil im hintergrund da hatte ich gerade hogwarts legend sie runter könnte es eventuell sein dass ich morgen mal umschwingen da habe ich doch heute schon mal gehört dass das jemand spielen vielleicht zock ich da morgen mal rein so kurz falls irgendjemand im moment kein neues spiel auf der liste aber wir sogar zwei weil ich was noch auf sansa forest also sagen wir es mal so wünschen würde ich mir den microsoft flight simulator aber dann kann ich mir aktuell nicht leisten ok ein arbeitsgelegen von mir weil der kostet in der komplettausstattung knapp 100 euro und das habe ich jetzt diesen monat und ehrlich gesagt den nächsten monat anderweitig verplant 100 euro kostet spiel auch über 100 euro also steam sagt 120 ok und da ich habe mit meinem bruder jetzt erst mal ein stadion fahren will nach stuttgart am 18 muss der platz simulator hat noch warten so an alle neue die gerade zukommen sind ich grüße dich ich grüße dich ich grüße dich und danke dir für dein follow was mein pc gut er hat es immer muss das letzte mal ein bisschen leiser machen weil wirko hat quasi den discord gesprengt mit seiner lautstärke so an alle die neue zukommen sind um 18.55 grüß dich hallo schön dass du rein schaust und vielen dank nochmal für dein follow um 18.55 ist die abstimmung was nächste woche gezockt wird also wer noch nicht hat gern mal drauf schauen auf diesen link mit abstimmen ich sag 18.55 machen wir die auslosung ja genau eisi herzlich willkommen beim bildungs stream fraggles ich liefer alles außer content ja aktuell gerade hier auf dem hof zwegart 1 wobei es sieht gerade ganz gut aus aber ich habe gerade auch gefühlt 500.000 liter silage verkauft jetzt machen wir noch zwei aufträge und dann machen wir noch ein bisschen holz auf dem hof wenn wenn es die uhrzeit zulässt weil ich gehe heute nacht noch in die nachtschicht weiß ich was zockst du eine ruhige geschichte dankeschön dankeschön das wünsche ich mir auch ja ich habe noch ein bisschen zeit ich habe noch ein bisschen zeit du wünschst es dir auch aber chef sagt nein ach schauen wir mal aber mein chef ist in der nachtschicht normalerweise gar nicht da aber irgendwie ein schichtleiter oder so gibt es doch oder nein okay in meinem wohnwagen an der autobahn habe ich meine ruhe war ein witz natürlich ballheim das ist auch so ein geiles game gell irgendwie habe ich auch habe das auch echt gern gezockt bis zum ersten was das world boss bin ich zu diesem ach was war denn das dieser hirsch kann es sein hirsch dieses riese vieh halt äh scrap machine scrap mechanic das kenne ich gar nicht scum kenne ich auch wir haben reingezockt auch ein ganz witziges spiel was ich habe drauf es ist der hirsch ja genau dabei bis zu dem bin ich gekommen da habe ich noch ein bisschen weiter gespielt dann habe ich weiß gar nicht dann kam irgend anderes spiel dass ich da wieder ähm kann ich mal reingespielt habe aber ich meine ich habe es sogar in der kategorie auswahl für meine dienstags streams ich glaube das habe ich mit aufgelichtet also was meinst du auf was hast du gewartet auf meinen wohnwagen oder was wenn wir alle boss und kraften jetzt magie waffen sehr geil da bin ich ja weit 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 weg davon so der spruch so jetzt warten wir ganz kurz jetzt warten wir ganz kurz müssen wir mal ganz kurz schauen Kategorie und Spiele bei mir im Discord habe ich ja hier unter Survival genau in der Kategorie Survival habe ich sogar Walheim mit drin weißt du wo man könnte gerade denken du kennst mich privat äh so aber ich habe gerade gesehen aktueller Zwischenstand aktueller Zwischenstand von der Abstimmung. Simulation aktuell mit sieben Stimmen vorne. Können wir schon hier umschauen? Aktuell sieht man das eigentlich oder ist es zu klein? Es ist ein bisschen klein. Aber ich habe dich ja nicht auf Vollbild. Besser mal. Besser, oder? Ja. Wo kann ich nochmal abstimmen? Ausrufezeichen Dienstag. Simulationen mit sieben Stimmen. Dann kommt der Shooter mit vier Stimmen. Horror mit vier Stimmen. Also, könnte sein. Bin mal gespannt. Was privat kennen wir uns nicht. Hahaha, okay. Ja. Auf kommt ETS. Ja, Stefan, wenn ETS kommt, dann fährst du mit, oder? Dann fahren wir hier mal nach Bangladesch oder so. Fußbälle abhole. In der Hand genähte. Hau mir auf den Mund. So was darf man nicht sagen. Ja, also falls ETS kommen sollte, haue ich in der Discord natürlich auch ein Event rein als Ankündigung. Weil da kann, da kann jeder mitfahren, der Bock hat. Aber, wie gesagt, ProMods. Wir spielen ProMods. Logo. Frühschicht nächste Woche. Ja, sehr geil. Aber, wie gesagt, 16 bis 18 Uhr. Länger habe ich halt, äh, 19 Uhr, Entschuldigung, 16 bis 19 Uhr. Länger habe ich leider keine Zeit, weil Nachtschicht und so. Gibt es eigentlich unsere Spedition noch, Stefan? Stimmt, oder? Hallo, Stefan. Twitch ist ein Dorf. Ja, das stimmt, gell? Ich sag's auch immer, beim, ähm, gerade beim, beim LS, da findet sich irgendwie jeder wieder irgendwo. Dandl, bist du noch da? ETS gehen immer noch nicht, Addons gehen nicht, jeder hat hier einen Block drauf. Oh, das ist halt echt, das ist echt beschissen, gell? Aber das habe ich schon von einem Park gehört. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, kein Wheelie hatte damals auch Megaproblem. Ja, aber ProMods bin ich auch aus, das läuft bei mir auch nicht. Sonnengefahren. Ah, gut, okay. Alter, Stefan, wenn ihr irgendwie nicht weiterkommt, dann muss ich natürlich dich fragen. Gute Dattel! Jetzt aber. Nämlich gerade kein Mod da. Muss ich ja selber machen, die Arbeit ist denn hier los. Ist denn hier los? So, alle, die den guten Dattel nicht kennen. Schaut doch mal beim Dattel vorbei. Und wer freitags gute Mucke auf die Ohren will, kann natürlich auch mal beim Mitsu vorbeischauen. Hm. Der LS-22-Opa, über dich muss ich jeden Morgen schmunzeln. Wenn ich mich gerade fertig mache, oder besser gesagt, wenn ich hier gerade Schichtbuch schreibe, und auf einmal bimmelt mein Telefon, dingelingeling, LS-Opa-22 im Discord, moin. Da muss ich immer sagen, schön. Auch schon wach. Dark Angel, ich grüße dich. Entschuldigung. Und, wie geht's, wie geht's? Schnecke. Aber du bist echt ein verdammt Frühaufsteher, Nicht nur Frühaufsteher, sondern verdammt Frühaufsteher. Andreas, hast du nicht auch LS? Äh, ATS, Entschuldigung. Ja, habe ich, aber wie gesagt, Promots läuft bei mir nicht. Ach so, aber dir auch, genau. Virgo ist so ein Promots-Experte, der hat Gott in die Welt erklärt, wie Promots funktioniert. Vielleicht wäre der noch ein Ansprechpartner. Immer zwischen drei und vier bin ich wach. Oha. Okay, ich mach dich mal erst ins Bett. Alles läuft, ich brauch keinen Schlaf. Oh, 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 LS 22, Opa, wann gehst du denn ins Bett eigentlich? Um 19 Uhr? Und vier, da wär echt, da wär richtig platt. Äh, du hattel, ich wollte ja nur ein SO geben, weil ich dich so mag. Mehr wollte ich gar nicht. 21 Uhr, krass, dann schon. Ja, Respekt. Wie gesagt, ich muss jeden Morgen schmunzeln. Rettner Mark! Guten Tag Mark! Ich grüße dich! Ach, du Lump, selber Lump. Gerne, gerne. Giftpils, moin moin! Und Mittagsschläfchen, Mittagsschläfchen, beste. Das brauch ich nach der Frühschicht, auch im Frühschicht klingel, mein Wecker auch, 3 Uhr 50 und bis ich dann, ähm, mittags daheim bin, da muss ich mir auch schon mal eine halbe Stunde, Stunde hinlegen, weil sonst geht bei mir gar nichts. Das werden alle nicht jünger, ne? Ja, ja. Das ist schön an der Nachtschicht, da schlafe ich einmal und bin einfach fit und fertig. Ich hab mal's ja, am Anfang hab ich noch, dass ich mich abends um 19 Uhr nochmal hingelegt hab, bis 19.30 Uhr oder so eine halbe Stunde, aber nicht einmal das mach ich mehr und ich bin trotzdem die ganze Nacht fit, bin erholt, ich schlaf gut, ich lieb die Nachtschicht, hab ich das schon erwähnt? Keine bessere Schicht als die Nachtschicht. So direkt hast du es noch nicht gesagt. Ich kann regelmäßig meinen Stream starten, komm zum Zocker, ich hab daheim noch was zu tun, ich komm daheim vorwärts. Klima. Wie weit bist du mit Wohnwagen zerlegen? Der Wohnwagen ist schon lang. Den hab ich schon zerrissen. Bei YouTube kannst du ein Video schauen, wie ich ihn zerhackt hab. Hab ich schon. Ah ja, genau. Spätschicht war die blödeste. Echt? Ah, die Spätschicht finde ich eigentlich sogar noch angenehmer als die Frühschicht. Klar, natürlich kann man die Frühschicht argumentieren, hey, mittags, total geil, hast du noch so viel Zeit. Aber ich sag das ganz ehrlich, bis ich daheim bin, ich bin so am Arsch, da geht bei mir gar nichts mehr. Dann schlafe ich eine halbe Stunde, Stunde und dann fühle ich mich als, wie wenn ich vom Bus überrollt worden wäre. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wa? Nachtschicht, beste. Zwölf Jahre Nachtschicht, sehr geil. So, aber an alle Neuen, die gekommen sind. Ich hab immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir von den Simulatoren wegkommen. Ausgabenzeichen Dienstag. Hier könnt ihr abstimmen, was nächste Woche im Stream bei mir gezockt wird. Also zumindest die Kategorie Auswahl kommt dann nachher um 18.55 Uhr. Lass mal es Zufallsrat entscheiden. Lass mal es Zufallsrat entscheiden. Was, wie und wo. Jetzt rate mal, wo ich mein Kreuz gemacht habe. Ja, ich sehe es schon. Dann kommen wir ganz kurz rüber, switchen in die Abstimmung, Kategorie Dienstagstream, der 14.2. Aktuell mit Simulationen vorne mit neun Stimmen. Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, die Abstimmung ist gelaufen. Ich hab mich ja schon auf Shooter gefreut, wenn ich ehrlich bin. Mache hier ein bisschen Counter-Strike. Das hab ich schon lange nicht mal gezockt. Dann hättet ihr mal richtig sehen können, wie man, wie man sich dumm anstellen kann in einem Shooter spielen. Counter-Strike, absoluter No-Profi. Was, 14.2.20 Uhr um 10 Uhr aufstehen, esse, zur Arbeit fahren, 24 Uhr ins Bett gefallen. Ja, ich schaffe auch. Spätschicht, 14.2.20 Uhr, 18 Uhr. Bin heim. Hab erstmal gezockt bis um 2 Uhr. Bin dann so gegen 8.9 Uhr aufgestanden und dann hab ich noch was vom Tag gehabt. Und mit dem Hund spazieren gehen und dann gemütlich noch irgendwas gearbeitet daheim oder noch weitergezockt und dann zur Arbeit fahren. Ich find's recht entspannt. Gut, wenn ich mal gezockt hab bis um 3, dann hab ich bis um 10 gepennt. So, ist halt geil. Ich komm morgens um 7.20 Uhr und bin ich daheim. Dann geh ich nochmal eine Runde mit dem Hund spazieren. Dann wird's 8 bis ins Bett kommen. 8, Viertel, 9. Dann schlafe ich erstmal wunderschön bis um 2. Willi! könnte man leben. Ja, ja, wir machen eh das. Genau. Samstag, Samstag Nacht, da streamen wir irgendwas. Ich weiß sogar nicht was. Samstag entscheide ich spontan, auf was ich Bock habe. Aber da machen wir nicht so lange, Stefan. Ne, ich dachte um 12 Uhr am Samstag. Schauen wir mal. Ich sag immer, ich stream nicht so lange und dann bin ich morgens um 6 erst ins Bett oder so. Drexta20, grüß dich. Hallihallo. Nati! Hallo? Hallo Nati. Ja, was geht? Vorhin ein bisschen Silage verkauft. Jetzt hauen wir hier ein bisschen ein bisschen den Pflug in die Erde. Und 18,55 hauen wir das Stream an. Äh, äh, äh. Ich hab den Käse schon wieder. 18,55 hauen wir die Abstimmung raus für nächste Woche Dienstag. So ein Ding ist das. Beste Wege, noch habt ihr die Chance abzustimmen. Noch geht was. Oh, 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 oh. Die Luft wird immer dünner. Seh ich grad. Ihr könnt abstimmen, was nächste Woche bei mir Dienstag im Stream läuft. Ich blende es mal ganz kurz ein, dann seht ihr es schon mal. Ja, ich glaub, das ist, äh, keine knappe Kiste mehr. Ähm, Simulation mit zehn hat Shooter gewünscht. Abstimmen, abstimmen, abstimmen. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht findet sich noch sieben Leute, die auf Shooter stimmen. Muss aber ich mal den Router neu starten bei mir. Oh, kommt's abgehakt? 10 Stimmen, 10 Stimmen für, ähm, Simulation. Oh, 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 hab leider schon. Lass mich raten, du hast doch auch, äh, Simulation abgestimmt. Natürlich. Hahaha. Ich muss, glaub ich, mal den Router durchschneiden, dass ich eine neue IP kriege. Hahaha. Was hab ich denn als Shooter drin? Ich glaub, Shooter, reiner Shooter hab ich nur, hab ich Fortnite drin, was ja jetzt mit meinem Junior zockt. Und Counter-Story. Ich glaub, mehr ist gar nicht drin. Ah, das wär ein Drama gewesen. Ich behalte jetzt noch meine Meinung über Fortnite für mich, ne? Hahaha. Ach du, ich sag das ganz ehrlich, mit meinem Junior zusammen macht das echt, echt total Laune. Bin ich Fortnite eigentlich echt witzig? Ey, ich sag nicht, dass Fortnite nicht witzig sein kann. Ich würd's halt nicht als Shooter bezeichnen. Ja, ich hätte natürlich Dead-Seite oder so, aber das hab ich eher dann als Survivor, glaub ich, gezählt. Reine rein, komm mal ballern. Äh, ja, da hab ich, glaub ich, nur die zwei. Oder Left 4 Dead, hab ich sogar noch Left 4 Dead drin, kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Eskalationsspiel. Oh, Willi, du hast mich noch nicht, ähm, Counter-Strike-Spiele gesehen. Das ist ein Eskalationsspiel. Haha. Da ist schon die eine oder andere Tastatur bei mir draufgegangen. WOT. Hat zig Mäuse bei mir auf dem Gewissen. Wie, wie, was? WOT. World of Tanks. Ah, World of Tanks. Inklusive Zeug aus dem Fenster werfen. Ne, das ist bei mir nicht, seit ich mich im Keller sitze. Ah, das Zeug, da ist schon, da ist meine Zündschnur schon recht kurz. Also, das geht ja wirklich nur einmal im halben Jahr oder so. Hahaha. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich mich hier nur noch Landwirtschaftssimulator spiele oder World of Warcraft oder irgendwelche Rolle spiele, ähm, ist mein Aim ja sowas von, von, für einen Arsch. Das ist unglaublich. Ich treffe nichts mehr. Ich hab's auch gemerkt, wenn ich beim Junior hier Fortnite spiele, bis ich da lang gezielt hab, da hat mein Junior schon fünf Uhr umgelegt. Ja. Da bin ich echt, da bin ich viel zu langsam worden mit der Zeit. Wir werden halt nicht jünger, ähm, Freckles, ne? Bei Counter-Strike hab ich halt gemerkt, wenn du Counter-Strike zockst und, äh, du bist auf irgendeinem russischen Server, da ist, äh, da stehe ich noch hier im Kaufmenü, da hacke ich da rein, was ich mir kaufen will, da liege ich schon, da liege ich schon, oh, 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 oh. Counter-Strike triggert mich so richtig. Aber wie gesagt, so einmal im Jahr muss ich mir das auch mal geben. Einfach nur, um wieder zu wissen, warum man das Spiel nicht mag. Ja, genau. Ich hätt ja immer wieder super Bock auf ne geile LAN-Party. Das haben wir früher immer regelmäßig gemacht, meistens so in der, in dem Winterurlaub, also in der Weihnachtsferie, dass man hier, keine Ahnung, vier, fünf Tage LAN-Party gemacht hat und dann wirklich hier freitags angefangen und bis Mittwoch durchgezockt hat oder bis Donnerstag. Aber du wirst lachen, das hab ich in letzter Zeit öfter gehört, dass immer wieder mehr Leute jetzt Lust auf LAN-Partys haben. Echt? Okay. Ja, wahrscheinlich auch deswegen hat Corona da ihren Beitrag mitgelassen, wo sie alle immer nur zu Hause alleine waren, ne? Die wollen wieder raus in die Gesellschaft, die Leute. Bei uns ist eher das Problem mit der LAN-Party. Der eine sagt, oh, da baue ich nicht meinen Rechner extra ab. Der nächste sagt, ja, ganz genau, es stimmt ja noch sein PC nicht. Genau, so geht es mir nämlich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher hat mir das auch nichts ausgemacht mit zwei Monitoren. Mittlerweile habe ich hier fest verkabelt, vier Monitore und mein ganzes Equipment, was ich hier im Laufe habe. Hier vorne habe ich hier meine drei Soundkarten noch angeschlossen für mein Mischpult und so weiter. Also, ich würde mir das auch dreimal überlegen, ob ich meinen Rechner abbau und wieder aufbaue irgendwo. Aber es ist halt... Oh, Laptop. Laptop geht immer. Eine Röhre. Ja, genau, das war doch geil. Ja, Röhre habe ich auch noch durch die Gegend geschleppt. Aber es ist halt so, also ich merke es bei meinen Kumpels, du hast halt mittlerweile echt die Probleme, das sage ich, dann ist alles klar, komm, wir hocken uns mal zwei, drei Tage hin und zocke, weil im Laufe des Alters ist halt so, als Familie, als Kind, der hat das, der hat das, der hat jene, der nächste muss Nachtschicht abbeueben, der nächste schafft am Wochenende. Du kriegst nicht mehr gebacken, dich zu zählen. Und Frau will auch, ja. Bitte was? Frau will halt auch ihre Aufmerksamkeit. Ja, genau. Wobei, da wird meine sagen, komm, hau ab, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Du kriegst nicht mehr gebacken, dich zu zehnt irgendwo zu treffen, mal übers Wochenende. Also so geht es uns zum Beispiel. Ich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, wir spielen zum Beispiel oft Poker. Also wir haben oft Poker gespielt. Auch so eine interne Poker, eine Liga haben wir immer gemacht. Was immer mega geil war, aber du kriegst noch nicht mal mehr gebacken, einmal im Monat dich zu einem Pokerabend zu treffen. Ist der Wahnsinn, ehrlich. Da müssen wir gegeneinander spielen. Grinsgranate hat mir noch mal zu. Oh, was habt ihr gezockt? Counter-Strike raus? Komm, hinter dem dritten kann ich sagen, da haben wir der Gegner. Haha, ja, das glaube ich dir, Marc. Die Division, ja, da habe ich euch schon zugeguckt. Da habe ich euch schon zugeguckt, euch zwei. Apropos, Marc, dann könnten wir auch mal wieder weitermachen, ne? Ja. war er wirklich zu schnell oder bildet sich das ein? Oder hast du ihn in seinem Glaube gelassen, Andreas? Na ja, sagen wir es mal so, er hat Sachen gesehen, da habe ich nie einen Fokus drauf gelegt, ne? Ja, Skill ist halt Skill, gell? Zwei Leute da, drei, Achtung, von oben kommt noch einer, ne? Ich habe, Alter, was da war, habe ich geballert, so. Aber so geht es mir, wenn ich mit meinem Junior Fortnite spiele. Der sieht das, da bin ich total überfordert, da renne ich noch in meiner eigenen Welt herum und dann gibt es diese ganzen Items, was da einsammeln kannst, diese Schildtränke, da bin ich hier noch kräftig am Trinken und raffe noch gar nicht, wie ich hier überhaupt was auswähle. Da hat mein Junior schon drei Stück abgeschossen. Da bin ich ja sowas von raus mittlerweile. Kommt noch dieser komische Baum-Modus da bei Fortnite, ne? Das raffe ich gar nicht. Also ich spiele komplett ohne bauen, weil ich es nicht kapiere, was ich da machen muss. Und ich verstehe aber das sind nicht, für was ich mich da barrikadieren muss. Da bin ich voll raus, ehrlich. Um raus zu sein, müsste man erstmal drin gewesen sein, also. Das stimmt auch wieder. Da war ich noch nie drin mit. Ach, Counter-Zweck fand ich eigentlich echt immer ein cooles Game. Aber wie gesagt, online zu spielen, vergiss es. und so. AC habe ich geliebt damals, wirklich. Da war ich, da würde ich auch fast behaupten, da war ich gar nicht so schlecht. Aber noch AMA 2, die Mod damals noch. wie gesagt, die Zuschauer, die öfters bei mir sind, die haben es schon tausendmal von mir gehört. Aber ich habe ja immer gesagt, Landwirtschaftssimulator, wenn ich in meinem Leben nie spiele. Ich habe gesagt, hau ab mit dem Spiel, lass mir meine Ruhe, Landwirtschaftssimulator. Vielleicht hätte ich mit dem Traktor über ein Feld fahren. Ja, einmal angespielt, nie mehr wegkommen. Ich spiele ja auch erst der LS seit dem 22er. Deswegen, ich habe da null Hintergrund, null Erfahrung und brauche für alle möglichen, brauche ich irgendjemanden, der mir irgendwas verrät, wie wieder das funktioniert. Also so haben wir alle mal angefangen. Bleib mal fort, damit werde ich nie probieren. Michel! Hallihallo! Hallo Michel! Ging mir auch so stinklangweilig, das Game. Ja, genau. und einmal reingespielt, voll Hecke geblieben, oder? Zum Kotze. So, und ich bin ja wirklich jetzt nicht einer, der wo 24-7 da hockt, aber selbst, ich habe ja über 1000 Spielstunden mittlerweile auf dem LS. habe ich noch nie von dir gehört. 22 auch dein erstes, okay. Geiles Game, gell? Ich sage jetzt nicht, dass der 9er mein erster war, also der LS 09. krass. Oh, krass. So, hier, Michel, Michel, pass auf. Ein Mod da. Hier wird wahrscheinlich noch Pedder. So, S O at den guten Michel. Wo ich vorhin gedacht habe, ich veräpple ihn, aber das war mein Ernst. Mein Lieblings-Streamer, noch vorm Knossi. Gern mal reinschauen. Liebe da lassen. Ja, doch, doch. So ein Ding ist es nämlich, Michel. Hier nehme ich kein Spaß, wenn ich so etwas sage. So, und nur für dich, Michel, Moment, wo haben wir es? Nur für dich habe ich diesen Sound eingefügt. So ein Ding ist das. Was, du schaust schon mit dem LS22 angefangen? Okay, krass. Boah, 2.163 Stunden, leck die Katze am Arschaut. Da hast du aber schon reingeballert, gell? Nee, bei mir ist es ja so, durch das, dass ich alles möglich immer so gern spiele, ich bin jetzt bei 1.027 Stunden. LS22, Moment. Danke, danke dir fürs Reinschauen. Ich wünsche dir was. Bibliothek LS22 hat bei mir erst 1.672 Stunden. Lauter Suchtis. Hier nochmal, falls irgendjemand noch nicht abgestimmt hat, 18.55 ist die Ziehung, was nächste Woche Dienstag bei mir im Stream läuft. Gerne mal rein. Nati ist ja auch da. Nati, an dich habe ich gar nicht gedacht. Was ist denn mit mir los? Schimpf und Schande über mich. Schimpf und Schande. Nicht an Nati zu denken, also das ist doch echt schon eine Sünde. Nein, 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 was heißt nicht dran gedacht, aber Virgo macht das immer so schön automatisch. Oh, 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 schnell wechseln. Ein Nati zu vergessen, das ist, nee, geht nicht. Spielzeit, oder? Ja, Michl, ich glaube, du hast halt locker Moddingzeit drin, gell? Leider findet sie es langweilig. Was meinst du? Was meinst du? Ah, der war mein bester Freund. Oh, da ist es okay. Ach, was? Ach, schade, da oben, ich habe es gerade überlesen. Das ist schade, das ist schade. Aber ich muss ganz ehrlich sein, mein Junior ist, mein Junior ist 12, mit dem spiele ich hin und wieder mal LS, aber, ja, da fährt er mir mal ab, dann geht es eine halbe Stunde, eine Stunde und dann merke ich schon, wie er auf seinem Stuhl hin und her sitzt und hoffe, darf ich was anderes zocken? Komm, hau ab, spiele was anderes. Und, warte mal, hier haben wir doch auch noch den, den, äh, Rendenmark, der ist ja auch noch da. Jo, alle da. Und, Moment, Moment, ich muss hier gerade Bock drehen. den guten Zitternichtgranate im Discord ist ja auch noch da. Ups, aber ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Falls ich irgendjemand vergessen habe, einfach melde. weißt du, wie ich gerade mit der Mauer ist, als ich es mal ziehen wollte? da haben wir uns alle schon mal erwischt, glaube ich. Ich kenne das nur, ich bremse immer mit, wenn ich bei meiner Frau als Beifahrer, mit war. Was, 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 michel, 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 äh, ich fange selber. Ach, michel. So. Lass mich, ich kann das. Ups, kaputt. Nati, dann danke ich dir fürs Reinschauen. Schlaf gut. Lass es dir gut gehen. Schlaf gut, Nati. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Hier. Kaffee wäre jetzt eigentlich noch eine ganz gute Überraschung. Oh ja. Würde ich eher sagen Honig, aber da ich heute noch arbeiten muss. Nee, Mäh hätte ich jetzt auch keine Lust drauf irgendwie, aber. Lust schon. Mäh? Ich habe gar keinen Mäh mehr daheim, aber ich habe, ja, ist das Bärenfang, genau. Das letzte Mal im Stream, Samstag habe ich Bärenfang getrunken bis zum Gehtnimmer. Was zum Schluss ein kleines Räuschle gehabt. Andreas, kennst du Bärenfang? Nee, ich kenne nur Bärenmäh. Ist das auch das hochmodelle Likör? Ja, Ja, genau, genau. Göttlich, das Zeug. Aber ich muss sagen, den Mäh, den ich letztes Mal bei der Imkerei bestellt habe, der war auch geil. Ich habe mir beim Aufland Etika habe ich mir letztes Mal mitgenommen. Da bin ich erst dran vorbeigelaufen, weil der so untypisch ist in einer ganz normalen Weinflasche mit so einem ganz normalen Weinetikett eigentlich drauf. Ich habe mir gedacht, naja, okay, nehmen wir mal mit, probieren wir es aus. Aber ich sage das ganz ehrlich, nach dem ersten Becher habe ich ihn weggekippt, weil der war wirklich nicht gut. Der war wirklich nicht, nicht lecker. Das war der, ja, genau, der Honig am Samstag nach dem Lasertag. Da habe ich zum Schluss am Ende meines Streams fast ein bisschen geräuschelt gehabt, weil ich so viel Honig weggezogen habe. Ich glaube, in der Honigflasche ist noch so viel drin. Ich glaube, deswegen habe ich am Samstag auch gelabert wie ein Wasserfall. Ja, so war das. Gute Honig. Ja, wie soll ich sagen, da gibt es entweder gut oder schlecht und dazwischen gibt es wenig, muss ich sagen. mein Auto umparken. Alles klar. Also, ich sage nochmal, vielen Dank für dein Follow. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Was, ich habe noch Rande mitgegangen auf der Arbeit. Aber irgendwann muss ich, ja, liebend gern, liebend gern. Ausrufezeichen Samstag. Kommst du auf meinen Samstag Stream, auf die Abstimmung am Samstag Stream für der, wann ist es, der vierte, dritte. Wenn du Glück hast und die Community so abstimmt, vielleicht murmeln wir da auch wieder eine Runde. Vierte, dritte. Vierte, dritte, genau, ist mein nächster Community Stream. Am ersten Samstag im Monat immer. Muss ich mir doch mal glatt notieren. Aber Iceworm, falls Gartic Phone rauskommt, das kann ich auch nur empfehlen, dass du da mitspielst. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Gartic Phone, Beste. Bei Gartic Phone Andreas hier im Hintergrund, der war auch letztendlich schon mal dabei. Tränen gelacht, ehrlich. Tränen gelacht bei diesem Spiel. Ja. Und da war ich auch erst einmal so Zwiegespalte von dem Spiel, ob das überhaupt was taugt, ob es gut ankommt. Das mit den Bildern, ja, ganz genau das. Ich konnte nicht mal nach dem Spiel, wirklich. Mir sind die Tränen runtergelaufen, mir hat den Bauch wehgetan vor lauter Lachen. Also, Gartic Phone ist schon ganz, ganz großes Kino. Gartic Phone ist anders geil. Das ist wirklich anders geil, ja. Ja, das war mein 24-Stunde-Stream. Da haben wir das auch gespielt, ja. da haben wir das auch gespielt. das war mein Ja, ja. Wirklich, da habe ich Tränen in die Augen gehabt. Nein, ich habe nicht nur Tränen in die Augen gehabt, ich habe geheult vor Lachen. Das war, das war schon, schon sehr witzig. Falls es irgendjemand sehen möchte, schaut mal hier rein. Und da auf das Video von mir mit Jahresrückblick oder, ne, 24-Stunden-Stream. 24-Stunden-Stream, da sind zwei Ausschnitte, glaube ich, dabei. Da sind zwei Ausschnitte dabei, unter anderem von Kartikvon. Das ist ein geiles Game, wirklich. So, wie schaut es denn eigentlich aus? Sehen wir hier schon schon langsam fertig. Wenn das Feld hier rum ist, hole ich mir mal schnell einen Kaffee. Das sieht auch mit zu in dem, in dem Video. Ja, morgens im Stream erstmal so ein Bier wegkippt. Bier wegkippen, wie kann man nur so eine Sünde begehen? Also in der Hals wegkippt. Achso, ja, das ist die einzige Art, wie man es wegkippen kann. oder wir kippen darf. Schön, schön, gerade die Sehne gewechselt. Da war eine Flasche, danke. Da haben wir auch schwer gelacht. das war ein versehen ah ja ja genau alkoholfrei natürlich die Flasche war dann vielleicht frei von Alkohol ja ja genau so war das also Lärm aber war so alkoholfrei ja das glaube ich auch das stimmt ja 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 der eine der wo so der Grafikdesigner oder was das war ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr der hat es echt drauf gehabt ja da echt so vor allen Dingen in dieser Zeit von dieser eine Minute oder was war so eine Zeit zum Zeichner hat er ja Kunstwerke hingezimmert vom Allerfeinsten das stimmt das war schon das war ganz großes Kino was der Typ da gemacht hat ja wenn man das gesehen hat und dann das was wir dabei rausgebracht haben dieser Kuhäuter vor allen Dingen das war schon sehr sehr witzig das ist ja nichts après das ist investigator ja das ist seitdem Oh unser gedrückt 44 abgeschnitten so dann fahrt es mal hoch zur 166 161 habe ihn da noch schön drüber und hochfahren kaffee holen weiter geht's so machen wir es hochfahren kaffee holen weitergehen ja das stimmt das stimmt das war schon also gesagt gar nicht vor und ich war ein bisschen skeptisch ob das spiel überhaupt im stream ankommt aber das war ja also ich würde behaupten mit ist lustigste spiel was ich bis jetzt hier im stream live gemacht habe muss halt auch leute haben die bock drauf haben deshalb auch ganz wichtig dann kommen wir schauen mal ganz kurz noch mal in die die abstimmung rein simulation immer noch vorne mit zehn stimmen ja ich glaube der fisch ist geputzt ich glaube der fisch ist geputzt wie gesagt hier könnt ihr noch hier könnt ihr noch das router rumreißen umgeparkt bist wieder da umgeparkt bist du gerade auf der arbeit oder dass du nachher aus der spätschicht schneller quasi raus kommst oder daheim vor der haustür umgeparkt das lied muss ich ein bisschen lauter machen was so schön passend ist handwerke sind fertig hab mal auge regels genau ich wünsche was lass es dir schmecken was gibt es denn eigentlich was gibt es das würde mich noch interessieren dann darfst du gehen ich bin ja immer neugierig mal gucken was ich finde dann viel erfolg auf deiner nahrungssuche lass es dir schmecken ich wünsche dir was wirklich wir sehen uns wir sehen uns mein freund mit guten loot das war jetzt gut und jetzt marsch ah halt ich wollte mir noch einen kaffee holen ach komm jetzt freue ich da noch geschwind drüber und dann hole ich mir meinen kaffee Stunden später die allwissende müllhalde ja ganz genau wie ist denn der hund nochmal spooky oder ich glaube spooky mcdov ah mittlerweile kann ich das mcdonalds zeug gar nicht mehr sehen mag wenn ich bin mich reizt mcdonalds auch nicht mehr burger king finde ich eigentlich immer ganz geil aber ich bin eh schon so fett ich sag es mal so mich zieht es eher in ne dünnerschmiede wie ne burgerschmiede weiß auch nicht warum ok zwei big mac und zwei big tasty bacon uuua gönn dir hhh die kids wollen halt immer zu mecke es ja 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 ich esse es eigentlich auch aber ich fühl mich auch immer so ich bin halt so ein maßloser übertreiber beim essen wie man auch sieht i fühl mich danach immer so richtig mag aber wenn ich zum mac es gehe weiß was ich immer reinhau und 20er nuggets big tasty bacon und mcgrip es ist so mein essen beim weg wenn mcdonald's dann mcdouble chili cheese oder mcgrip mcgrip ist auch kein nomad ja ja das liebe ich auch ist so sehr herrlich ja ich mag das auch die frage ist ja da bist du bestimmt zu meinem alter plus oder wenn du die frage ist noch geht es ich habe die erfahrung gemacht jeder der jünger ist oder viele die jünger sind kenne das gar nicht mehr muss ja meine 97 kilo halten also mag wenn ich hier was heute du hast heute geburtstag ach so dieses jahr okay ja ja das ja dann kennst du die fraggles noch mag das wundert mich auch nicht also bei zwei big macs und zwei big tasty bacon dann muss ich auch ehrlich sagen da würde ich meine 104 kilo auch gut halten heuer bitte dieses jahr ach so gehe heute lasst mich raten als sie kommt aus österreich und demnächst mache ich vielleicht am samstag muss man schon am samstag gibt es vielleicht noch mal ein probestream mit meiner copro das handy sollte werde ich mit dem hund spazieren gehen werde die copro laufen lassen ich habe nämlich noch ich habe das so probleme mit meiner copro mit verbindungsabbrüche wenn ich live zu tritt stream ich habe noch was anderes gefunden das werde ich am samstag mal ausprobieren das ist mein plan weil das nervt mich dass ich keine geile iel streams machen kann ohne dass mir ständig die verbindung abbricht was mein hessen ja ich hätte jetzt auch er gedacht österreich weil er heuer kommt dann eher so aus dem österreichischen raum in hesse hessen grenze zu bayern ja eisi dann verstehe ich mein dialekt eigentlich ganz gut oder das ist spadisch schüttest du da was anderes Ha, ha. Ich hatte doch vor zwei Wochen am Samstag und vor drei Wochen am Samstag solche ewigen Probleme mit OBS und wegen ausgelassener Frames durch Renderverzögerung. Ich habe nichts gemacht und auf einmal ist wieder alles in Ordnung. Also manchmal ist es echt mysteriös bei Twitch oder bei OBS. Oje, ein Nachbar. Was meinst du mich? Oder der Hesse? Eine deutsche Äußere schweiße Montage. Schnappt man schon die. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Schillerski, allihallo. Stable immer laut. Weiter so schöne Mucke. Ja. Rammstein, gell, da habe ich euch zwei. Ja. Danke fürs Reinschauen, Schillerski. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und schöne Grüße an deine Herzdame, Schillerski. Hunger hätte ich langsam auch. Aber theoretisch kannst du nicht mehr wissen, aus deiner Info raus. Badische Ode, Waldmeister. Kann ich jetzt nicht sagen, aus dem schönsten Fleck von Deutschland. Oder der Welt vielleicht sogar. Weil muss ich Granate heute Nacht in den Schlaf weinen, weil ich solche Sachen sage. Deswegen lasse ich es lieber mal. Als Schwabe habe ich dazu meine eigene Meinung. Es reicht ja schon, dass er die ganze Zeit auf den John Deere gucken muss. Er ist nicht grün und hat keine gelben Fergen. Es geht noch. Ich wollte es gerade sagen, so in Chrom, so in dekadent Chrom fällt es doch gar nicht so auf, oder? Ja, Grenze zu Bayern. Hessen, hessischer Ode, Wald vermute ich, oder? Kann es theoretisch wirklich nicht so weit weg sein von mir? Hm. In Frankfurt, Fulda. Lohr, naja, gut, okay, das ist... Nach Frankfurt fahre ich ungefähr eine Stunde. Stunde 20, so in einem Dreh rum. In Frankfurt war ich letztes Jahr zum Currywurst essen. Südosthessen. In Nordhessen war ich vier Jahre stationiert. In Frankfurt bin ich auch am 18. Für ein paar Minuten auf der Durchreise beim ICE. Zum Umsteigen, gell? Nee, nur Durchreise. Umsteigen tun wir in Mannheim. Genau, beim Best Wurst in Town. Aha. In der Nähe von Kassel war ich, ja? In der Nähe von Kassel. 56 Kilometer östlich von Kassel. Nee, in der Stadt Allendorf. Sondra hieß das damals. Kaserne gibt's aber nicht mehr. Panzeraufklärungsbataillon. Stab Allendorf. Kennt ihr auch, ja. Beim Best Wurst in Town Da habe ich das letzte Mal Wann war das? Ich glaube im Dezember Ja im Dezember war ich mit meiner Frau und meinem Junior dort Da habe ich auch einen Livestream gestartet Weil da habe ich die Die FBI Wurst gegessen Die schärfste was er zu bieten hat Auch im Livestream Oh wow 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 Sag ich nur Wenn du sehen willst wie ich gelitten habe Könntest du gerne mal hier bei YouTube reinschauen So klappt mal das Ding zusammen Zack verkauft, verkauft, verkauft Abschließen Jawohl Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle Jetzt könnte man eigentlich Soll ich, soll ich nicht Soll ich, soll ich nicht Soll ich das Feld kaufen Boah, dann habe ich wieder null Kohle Aber ich bin es ja nicht gewohnt Ich wollte es doch gerade sagen Du hast doch schon die Pleite im Katz Beim Peter-Zweger-Treue-Club Ich sammle hier Peter-Zweger-Treue-Punkte So, komm Schauen wir mal Ich brauche Hirse Ich brauche nämlich wirklich Hirse für meine Schweine Wie sagt man im Flieger-Shot? Oh, du hast Da sagt man ja Man hat den Horn-Status, ne? Den was für einen Status? Den Horn-Status Das ist also das Höchste Was man da erreichen kann Als Flieger Als Passagier halt Okay 121.000 Dann bin ich halt wieder gleich so richtig blank Ja, nein, Rammstein Soll es kommen Was soll's Fahren wir mal vorbei Dann gucken wir mal, was überhaupt drauf ist Weil ich habe jetzt gerade die Katze im Sack gekauft Ehrlich zu sein Da kommt auf jeden Fall Hirse drauf Hirse, Hirse, Hirse So 18.02 Oh, ich habe gerade gesehen Es hat sich noch was getan In der Abstimmung Ich habe gesehen Da hat sich noch was getan Komm, wir schwenken noch mal ganz kurz rüber Und aktuell sind wir bei Simulationen mit elf Stimmen Der Fisch ist geputzt Es gibt nächste Woche Ich bin mal gespannt 18.55 Hau ich das Rad an Was der Zufallsgenerator entscheidet ETS oder LS Wobei zählt Counter-Strike Nicht als Simulation Eigentlich nicht so Das wäre natürlich episch, oder? Ich spiele seit neuestem in der Counter-Strike ESL Mit dem Lenkrad und mit der Seite-Konsole Ja schon fast ein bisschen witzig Mit dem Gaspedal ist Schießer Das simuliert ein Heulen, genau Das wäre schon witzig Das wäre anders geil Kupplung ist hier Waffenauswahl Bremses Nachladen Das könnte eigentlich wirklich Geradeaus Spaß mal versucht Du machst das Spiel im Schlag Die Double Bass Genau Das wäre schon Ich bin mal gespannt, was auf die 57 drauf ist, aber ich glaube, kann nicht so viel sein. Guck mal, wenn ich da hoch schaue und im Virgo seine ganze Felder angucke. Der hat ja mittlerweile eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Felder hat er einfach mittlerweile. Guck mal, ich habe drei. Stefan hat auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zehn Felder. Ich grebe es hier mit meiner drei rum. Ein einziger Bauer, der wäre ehrlich, gell? Ach hier, elf, da ist er noch eins, 15er Quartier auch eben. Und hat keinen Kredit mehr. Virgo läuft's. Das kann ich ja nicht ausmachen. Ich bin mir gerade am... Ne, wir fahren erst einmal hinter. Und schauen mal, was mein Feld so hergibt. Wenn ich jetzt auch noch minimal Kohle hätte, könnte ich gleich die Bodendinger kaufen. Aber die Bodenproben, aber hätte ich mir wahrscheinlich für 29.000 Euro nicht leisten können. Ja, spinne die denn? So halt, wenn manche fällt. 2.000. Oder? Gesamtkosten 2.500. 12.000 Euro kann ich mir nicht leisten. Dann machen wir es so. Erste Runde fahren wir völlig blind. Habe ich die Bäume hier schon alle gemacht, oder? Los. Die schon alle wegfahren? Entscheidend, gell? Du zutrauen wärst hier, ganz ehrlich. Das wundert mich gerade wohl. Ja, mich nicht. Du bist ein Holzer und du machst das gerne. Ja, ja, das schon, aber das... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die da schon alle gefällt habe. Oder war da eine kleine... ...ne kleine Helfer am Werk, Stefan? Du, mir da was weggefällt. So, ah, hier, was... Ah, schau mal, da habe ich da Weizen gesehen, gell? Ich habe Weizen draufgeschmissen, wenn die wir im Rechten sind. Ja, Weizen im Wachstum, sehr geil. Weizen im Wachstum. Die 56 kommt Holz hin. So muss man ja auch. Vielen Dank. Ich danke dir nochmal für dein Follow. Ich danke dir fürs Reinschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir was, Eisi. Ich wünsche dir was. Guck mal, das ist hier Unkraut. Das ist ja nur Unkraut drauf. Ich kann mal gleich Flüge, was soll der Geiz. Dankeschön, Dankeschön. Da können wir alles vorbereiten. Jetzt auch mal wieder ein paar Steinchen hier. Und wieder ein paar Bäumchen zum weghacke. Hast du so eine Sehnsucht nach deiner Kettensäge? Wir können uns schauen. Ah, vielleicht reicht es ja noch, dass wir ein bisschen Steine sammeln. Hier haben wir noch gleich Kalk. Schauen wir mal. Das nächste Feld da vorne, das gibt mal ein Holzfeld. Oh, wo häng ich? Da ist voll leck. Das ist voll leck. ja so hier ist aber was immer gesagt wann kommt hier so noch mal drauf ja april im april dass es in der bier hole geht mit so da wünsche ich dir auch einen guten appetit und auch dir danke fürs reinschauen zieh durch lass dir ein bierchen schmecken feierabendbier jetzt flüge mal auf dem eigenen feld das sonst ordentlich sein gar nicht so aber so langsam bekomme ich auch wenn ich ehrlich bin ich bin auch gerade am essen machen was gibt es bei dir ich habe noch dazu mache ich pommes das könnte ich jetzt auch essen drei korte blöße und ein halbes kilo pommes könnte ich jetzt auch vertragen hähnchenkeule oder jetzt auch bock drauf ja das können ja also was ein wikinger döner ist so sieben bis zehn schnitzel ja ja willi du verstehst mich was der teufel ist ein wikinger döner das gemischt das fleisch mit der achse liegt genau mit hörner das knackt immer so beim essen oder zurück ich habe schon erwähnt dass diese bäume die nächsten sind die falle ich habe schon erwähnt dass diese bäume die nächsten sind die falle das seite eu mit krabbeltiere diesen mehl kärmischen trinkjoghurt mit so wie ich das immer sagt manchmal finde ich dich sehr seltsam aber lass es dir schmecken ist der spielmannsfluch simulation bei elf stimmen ich bin mal gespannt was wir nachher ziehen mit 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 genau aus diesem grund und mit die bäume da alle weg und das hat keine lust normal biet das spiel dazu könnte ein bisschen wehtun das abkriegst da bin ich wieder da ist bei uns gerade mal die hauptsicherung geflogen willi das trommelt im rehgeschirm ja 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 verdammt und speichern die das also über cookies was denn was denn ich habe zwangsläufig gerade ein roter neustart gehabt okay ach so wie geht er wegen der abstimmung ja ja hast du noch mal hier was reinhauen können per zufall leider nicht ja ich glaube der fisch ist geputzt wirklich da ist jetzt unwahrscheinlich dass jetzt nochmal sieben mann abstimmen oder wie viel es gerade hat noch waren ich wollte halt doch nur mal sicher gehen zurück 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 ja mag du zackst noch äh 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 ls oder mag du mag du w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und GTA 5 will auch niemand sehen. GTA 5 ist auch ausgelutscht in meinen Augen. Totgelutscht. Lenny und? Hast du das schon abgestimmt, Lenny? So, schaut mal drauf bei dem guten The Magical Lens. Yes, hab ich. Sehr schön, sehr schön. Aber ich vermute mal nicht, dass du einer der Stimulationsabstimmer warst, oder? So, und? Schaut mal bei dem guten Lenny drauf. Und lasst doch gern mal ein Follow da. Gartik, ah! Das hab ich eigentlich auch ein bisschen gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hab ich ein bisschen gekauft. Aber Gartik, halt, stopp, Gartik Phone war beim Samstag Stream, beim Community Stream. Also falls der hier noch nicht hast, guck mal ganz kurz. Ein paar Minuten hast du noch Zeit für nächste Woche Dienstag. Aber Ausrufezeichen Samstag kannst du theoretisch auch schon abstimmen für den vierten, dritten. Vierten, dritten, dritten, vierten. Nee, vierten, dritten, genau. Schon wieder an diesem Kackbaum hier fest. Aber da sieht's Ergebnis schon sehr eindeutig aus für nächste Woche. 18.55 machen wir die Abstimmung. Erledigt. Okay. Was, einen Tag nach deinem E-Day, wann kommt The Forest raus? Ich hab nur gar nicht geguckt. Oh, hast du am 23. Jetzt wurde. Ja, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin muss ich endlich der Forest 1 durchhaben. Hast du schon bei Abracadabra reingeschaut? Wie heißt's? Pack was. Hogwarts Legacy. Hogwarts ist geladen. Okay. Ja, ich lade's auch im Hintergrund. Normalerweise müsste es schon langsam fertig sein. Warte bis 19 Uhr. Ah, okay. Hahaha. Ja, normalerweise ist ja mittwochs mein LS-Stream, aber es kann gut sein, dass ich morgen meinen LS-Stream ausfallen lasse für einen Hogwarts-Stream. Ich glaube, ich werde morgen mit Hogwarts in den Stream gehen. Oder vielleicht fange ich an, hier morgen noch geschwind fertig zu kalken oder so und wechsel dann den Spiegel. Das kann auch sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber mit Full-Potter-Outfit. Hahaha. Lass uns doch da teilhaben. Was meinst du? Mit Harry Potter oder mit... Also streamen werde ich so oder so. Eiswurm. Mein Stream haue ich definitiv so oder so an. Also auch, selbst wenn ich Hogwarts spiele, mein Stream läuft. Solange ich auf der Nachtschicht bin, werde ich das definitiv ausnutzen mit Dienstags, Mittwochs und Samstags mein Stream. Wenn ich schon endlich feste Stream-Zeit habe, dann mache ich das auf jeden Fall. Wie gesagt, aber normalerweise ist halt Mittwochs wirklich mein LS-Stream. da bleibe ich normalerweise schon ganz gern da dabei. Aber ich glaube, morgen mache ich eine Ausnahme. Die brauchen jetzt einen Zauberstab für morgen. Lenny. Im Harry Potter Outfit. Aktuell bis Ende Juni schaffe ich nur Nacht. Michael, grüß dich. Hallihallo. Bis Juni, Ende Juni schaffe ich nur Dauernachtschicht. Genau. Was für ein Geburtstag wird über ein Konzert gefeuert. Der nächste Tag Paul ist zu ihm, hoffe ich. Na ja, sehr geil. Sehr geil. Was für ein Konzert gehst du? Wo bist du an dem Tag? Wiesner zum Wiesbaden. Okay, cool. Hier. Aussi Osborne. Schon wieder Konzert abgesagt. Ich glaube, der ist fertig mit der Welt mittlerweile. Ich glaube, der ist schon zehn Jahre fertig mit der Welt. Schlimmer. Schlimmer als Aussi Osborne. Der Wendler wird wieder Vater. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dame, Kind. Ja, ersatzlos abgesagt. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ich sage das ja, ich glaube. Ich glaube, der Osborne, jetzt ist er fertig. Schade, hätte ich gerne noch mal gesehen. Hätte ich mir gerne noch mal angeschaut. Ach, was, okay. Warte mal, wo habe ich ein Ticket zu Stuttgart, glaube ich, könnte sein. SAP Arena in Monom. In Monom. Monom. Ja, geil. Ja, wie gesagt, ich hätte mir einen echt gerne noch mal gegeben. Ja. Ich meine, bei TikTok, da sehe ich schon alles diese Reviews von, was war das? Bei MTV war doch hier mal so ein Homestream, sage ich jetzt mal, das Leben der Osborne, so wie es kiesa hat. Und das war ja vor 20 Jahren oder so. Ey, da war, der war ja da schon jenseits von Gut und Böse. Echt geil, da habe ich, ah, Schimpf und Schande, die habe ich noch nie live gesehen. Alter. Schade. Der Blitz kann ich sehen. Okay. Ja, auf MTV, ja, ja. Ja, da war er schon. Man fand er nicht durch. Wobei es ja echt ein geiler Kerl war, gell. Der hat sich halt auch bestes Beispiel. Wie man sich mit Drogen kaputt machen kann. Black Tolley, Palli, hallo. Was ist der BlizzCon 2009? Ich hatte aber auch mit Motorhead, mit Lemmy hatte ich so, habe ich so Probleme gehabt. Den habe ich nie live gesehen, was mich wirklich ärgert. Dreimal Konzerttickets gehabt. Zweimal Stuttgart, einmal London und kurz vor London ist er dann leider verstorben. Die Ehre hatte ich leider nie gehabt. Wo war das? So werden wir es jetzt wahrscheinlich mit dem Ossi genauso gehen. Was war voll wie eine Haubitze, weiß noch was. Ha, ha, ha. Ah, Lexatron, danke schön. Schön Salz und Essig in die offene Wunde gespritzt. Da dafür, da dafür, jetzt sage ich euch was, da dafür war ich schon dreimal bei der ersten allgemeinen Verunsicherung. Kennt das von euch noch jemand? Nein. Ha, 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 ha. Ja, ja, danke Lenny. Schön nochmal. Schön nochmal reingebohrt. Nicht AfD, sondern ERV. AfD. Bist du bei mir am Falschen? Sogar als Norddeutscher. So, ja, Lenny, da bist du zu jung, das glaube ich. Eigentlich wollte ich hier nur den Flug schon sauber machen. Habe ich auch mal live gesehen. Total geil. Ich bin ja auch Teenager-Liebe. Ja, Mitsu, du bist ja auch ein paar Jahre, bist ja ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Da bin ja ich noch ein richtiger Jungspund gegen dich mit so. So ein Ding ist das. Jetzt wird er gerade Flamme-Spuckel hinter seinem PC oder Handy. Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Guten Abend euch. Ja, ah, Ali, hallo Black Tulip. Jetzt geht's los. Guten Abend Black Tulip. Hat's geklappt? Ja, siehst du doch. Da muss ich mal in Steine sammeln. Was? Ich werde goldig in 30a. Ja, genau. Das zieht bei dir ja aus auf dem Hof, ne? Ja, wie bei Hempels, gell? Selbst bei Hempels unter dem Sofa sieht's noch besser aus. Ich kann mir leider keine Halle leisten. Das ist ja das Problem, was ich gerade hab. Nein, da kann ich noch ansteigen. Oh, Black Tulip, du hast mich im Hintergrund noch auf, oder? Weil ich höre mich gerade doppelt. Hab schon ausgemacht. Danke schön. So, so funktioniert es nämlich hier mit dem Discord. Was ist ordentlich? Also in Zukunft nehmen wir hier wie bei Hempels unter dem Sofa, sondern wie beim Schmid hier auf dem Bauernhof. Wenn ich jetzt das Ding ausmache, ne? Dann höre ich ja die anderen immer Rede. Was meinst du mit anderen Rede? Eiswurm, ich wünsche dir was. Danke dir fürs Reinschauen. Wir sehen uns. So, ich noch mal Black Tulip, sorry. Ähm, wenn ich jetzt mein Tablet ausmache. Ja. Also den Stream. Auf Stummschalt. Da höre ich aber die andere ja nicht mehr. Welchen anderen? Also. Ach, huch. Okay, hat sich erledigt. Doch, den hörst du, oder? Wenn niemand redet, konnte ich ja niemanden hören. Ah, wie peinlich. Ach, war alles gut. Alles gut. Was ich feiere, ist Black Tulip? Guten Morgen. Lenny, wann habt ihr eigentlich euer erstes Spiel? Wer hat sich das verpasst? Da muss ich mich ein bisschen auf dem Laufende halten. Ich habe gerade einen Lacher des Abends. Blöd Backe. Ach so, fünfte drinnen. Hier los. So, oh, wir sind schon 18.39 Uhr. Die Abstimmung findet hier gleich statt. Na, die Abstimmung läuft. Die Bekanntgabe findet gleich statt. Ja, ja, so rum. Die Bekanntgabe, ja. Was ist denn? Alt langsam. Bild sagt er. Ja, da schickt man per Ding, per WhatsApp oder so. Kannst du mir gerne per WhatsApp schicken. Lenny, du bist ein Blitzmerker. Das ist bei mir jetzt nachher auf dem Anblick, was der Schmitt zurechtgurkt. Ich finde es gut. Das ist rein für eure Unterhaltung. Weil normalerweise würde ich da fahren wie ein Profi. Da höre ich da etwa Zweifel im Hintergrund. Ich sage nichts ohne Anwalt. Scheiße drauf, die Steinchen da. Da fahren wir nachher nochmal den Vorgewendet und fertig aus dem Abend. Weil man nachher nachgewendet und gut ist. Ich bin dieses Jahr, Lenny, noch gar nicht so mit Konzerten ausgebucht. Ich habe dieses Jahr eigentlich nur der Aussie gehabt als Katte und ähm Backen. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht. Ah, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Bei mir steht mit Karten noch diesen Monat was an. Habe ich aber eben schon mal erzählt. Dein Fußballspiel oder was meinst du? Ja. Wenn man bei sich das hat auch 60 Euro gekostet, ne? Das ist für ein Stuttgart Spiel. Überhaupt was? Da musst du schon Geld kriegen, dass ich da hingehe. Nein, abgesehen davon bin ich absolut kein, äh, kein Fußballfan. Was, die Miners? Die Miners von, von, oh, Heilbronn sehe ich das richtig? Und das Wolfpack? Ah, das sind meine Auferburg, okay. Das war Absicht, Lexadron, das war Absicht. Wollte es nur spannender machen. 44.0 verloren. Wir fahren erst da alles rum. Weil ich mich da jetzt noch 25 Mal ärgern muss. Hat man gesehen. Lenny, und das gibst du auch noch zu? 44.0. Ich meine, uns hat die Klatsche gegen Dortmund mit 7 zu 1 schon wehgetan. Ja gut, wir reden von Football, gell, nicht von Fußball. Okay, das ist was anderes. Wir reden von Männersport. Ja. Anwalt, hallo, wo ist einer? Das wird 10 Starter fehlen, ist das in Ordnung? Ja, ja, ja. Muss man bitten. Denny weiß nicht, was du da mit sagen willst. Nürnberg. Was bitteschön ist ein Klubbera. Das wird intern ist, was die Nürnberger halt wahrscheinlich haben. Die nennen sich wahrscheinlich so. Ach, seh. Da bin ich voll raus. Da bin ich voll raus. Da kann ich so rein gar nichts damit anfangen. Sowas wie die Gladbacher sich halt Fohlen nennen, ne? Klubbera. Entschuldigung? Ja, alles gut. Danke. So ein Klubschauge-Fisch. Ja. Bleib bei meinem Ruf nach einem Anwalt. Oh, Black Tulip, klappt das mit Donnerstag? Ja. Gut. Ich hatte das mal geraunt ist, nicht zu machen. Gibt es auf die Ohren. So, wie viel haben wir? 45, 10 Minuten? Könnte man vielleicht, könnte man vielleicht gerade schaffen. Kommst dann bei mir vorbei, ne? Ja, ja, Da haben wir Training. wenn ich dieses Lied so höre gerade, ich könnte mal wieder Zombieland anschauen. So geile Filme. Zombie mit einem ganz großen Kissen, ja. Zombieland ist anders. Zombieland ist so ganz anders. Das ist so geil, gell? Da bist du nämlich mehr am Lachen. Ach so. Na, weil dieses Lied kam. Komm, wir gucken mal ganz kurz. Also, wir sind immer noch mit sechs Stimmen voraus. Schön mit elf Stimmen bei der Simulation. Schön bei der Simulation. Ey, 31 Leute haben bis jetzt mitgestimmt. Total geil. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele mitmachen. Schon wieder. Ja, Moment, es wird ja nachher noch geschaut, was überhaupt gespielt wird. jetzt habe ich die schnappt. Ja, bei dir bin ich schon fünfmal hängen. Oh, jetzt zieht dann um. Weg mit dir. Das kann er doch am besten. Wie viel waren Sie im Garten? Daheim, bei mir oder? dort. Ja. 134. 134 Bäume. Ja, haben wir damals gefällt bei uns auf dem Grundstück daheim. Hast du eine ganze, wie soll ich sagen, ein ganzes Bundesland? Nein, aber da waren viele. Also Fichte halt rumgestanden. ein Fragglesland hat er, ja. Bissle katastrophal, mein Grundstück. Hattest du mit so alten Gurke draufgestanden. Ja, beim nächsten Sturm, da wäre die Hälfte eh schon gelegen. Da haben wir damals gesagt, komm, wir machen ein Kahlschlag. Ich rasiere hier alle Bäume vom Grundstück. Müsste ich ja ein Visum beantragen, wenn ich Fraggles mal besuchen will. Ich meine, das muss ich als Schwabe sowieso, aber... Ich wollte es gerade sagen, als Schwabe. Oh, 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 ich weiß nicht. Was, voll am Lachen aus am Ende, warum? Was war, was war am Ende? Was war da zum Lachen? Gerade überlege. Oder redest du vom Teil 1 oder vom Teil 2, Lenny? Wo treibt denn sich eigentlich der Hansel-Michel rum? Die Arbeit. Ah, deswegen. Das soll zu ruhig. Birko muss ich nachher schreiben, dass er dich verpasst hat. Der wird sich schön ärgern. Arbeit, holde meid. Oh, 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 je bin ich. Hansel-Michel, schau mal bitte unter deinen Schuhen nach. Sertig, jetzt wird hier alles umgemäht. Alles, was im Weg steht, kommt weg. Mal auf mit den fiesen Matente da immer. so, oh, fünf Minuten, fünf Minuten. Macht denn der Holzkopf? Der wird schlafen. Dem war ich vorhin so spazieren. Ich wollte gerade sagen, du wärst ihn wieder getriezt, Teppel, dass er Ruhe gibt. Holzkopf? Also Hund oder was? Der Hund, ja. Ja. Das ist nur Brösel von der Brotzeit. Keine Schleimspur? Ich gerade mir überlege, ob ich vielleicht noch geschwind es fertig mache. Dann zur Abstimmung gehe, weil dann haben wir einen sauberen Cut. Ich mache jetzt hier noch die Steine fertig. Und dann geht es in die Abstimmung. Die Auslosung gemeint, die Auslosung. Und dann schauen wir mal, ETS oder LS? Ja. hätte ich nicht gedacht, die zweite Woche hintereinander schon die Simulationen am Gewinne. Ganz dumm. Ja, sehe ich aber, dass sich ein Großteil von der Community doch aus LS Spieler zusammensetzt bei mir. Ja. Wobei ich habe eigentlich echt gedacht, seit ich mich das so öffentlich mache, auch bei Insta und so, dass da wirklich viel mehr Leute dabei sind, die irgendwas anderes antippeln. Aber gibt es heute nächste Woche eine Runde. Ich bin mal gespannt. ETS oder LS? Wie gesagt, wenn ETS rauskommt, dann hauen ein Event in der Discord rein. Da kann jeder mitfahren, der Bock hat. Dann fahren wir hier nach Bagdad. Keine Ahnung wohin. Oder sind neue Simulationen? Ja, oder so. Aber wie gesagt, bei mir im Discord jederzeit drauf gehen, Spiele Ideen reinschreiben. Ich bin immer offen für neue Spiele. Hey, Ronja! Einhorn Tochter, ich grüße dich! Hallihallo! Für mir geht's prima. Und ihr? Kommst ja gerade rechtzeitig. Wenn wir hier die Steine abgelesen haben, entscheide mal, was wir nächste Woche Dienstag im Stream spielen. Was mich ratet, du wartest auch nur auf heute Abend auf Hogwarts. Das würde ich dir zutrauen. Oh, mein gutes Hirsefeld. Hirsefeld. So, 1, 2, 3. Ah, das machen wir jetzt schon durch. Ich habe mal wieder zu kommen. Meine stammt. Ja, morgen, morgen werde ich vielleicht Hogwarts streamen. Heute komme ich leider wieder zu. Schauen morgen. Heute hat leider sein Chef noch was dagegen. Ja, heute hat mein Chef noch was dagegen, dass ich Hogwarts spiele. Nein, und außerdem hätte ich es sowieso nicht gemacht, weil ja Community abgestimmt hat, dass heute LS gezockt wird. Aber wäre das nicht auch eine Simulation? Ja, eine Zauberer Simulation, das eigentlich Ich glaube auch. so, jetzt haben wir es gleich, 56, ah, guck mal, vielleicht zwei Minuten drüber. Hast doch ungefähr. Naja, für zwei Mal schön verschenkt. Achtung, was hast du getrieben? Was gesagt, du hörst nur noch Schlager. Ja, wenn ich zu meiner Mutter sagen würde, ich höre nur noch Schlager, die wird mich einweisen lassen. So. Ich glaube, wenn der Schmidi das sage wird, würde ich sagen, ab ins Altersheim, Alter. Ich würde bei ihm auch einen Aufschlaganfall testen lassen. Ich wusste mir das schon anhören, dass ich jetzt zu der alte Rentner gehöre, als ich mir, der muss ich mir von meiner Frau anhören, als ich mir mein Motorrad damals gekauft habe. Auf eine Mail , so ich habe. Das ist nicht so viel Aufschlaganfall. Okay. Ich frage jetzt mal nicht nach Details und denke an was anderes. Einfach deine Katzenbabys und im Schredder. So. Das ist genug, Ronja. Schwarz ist das neue Bund. So. Stefan, das hast du auf jeden Fall gut gemacht, das Ding da angepasst. Jetzt kannst du auch mal gescheit ablesen, ohne 25.000 mal zum Entlade zu fahren. Gefällt mir sehr gut, vielen Dank. So, dann kippt man den noch schön aus. Hat den Pupin gemacht. Hat er gut gemacht. mit deiner Arbeit bin ich immer zufrieden, Stefan. Oh. Okay. Aber es freut mich, dass es dir gut geht, Ronja. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal, gehen wir mal kurz in die Abstimmung. Warte mal, ich baue mich hier ganz kurz um. Hier. Ich habe bisschen mehr Platz am Rechner. mal schnell verschwinden. Hier, guck mal. Ich habe schon geübt für Hogwarts Legends E. Abracadabra. Juhu. Gut, gehen wir mal ganz kurz in es gibt doch einen Zaubertrick, den ich beherrsche. Luftstinken machen bestimmt. Genau. So, Spiel verlassen, jawohl, verlassen, verlassen. Auf die Art, was ist, was, was stinkt nach Hase? Nee, wie ging der, wie ging der Witz? Warme Luft zum Stinken bringen. Was ist das? Es ist unsichtbar und stinkt nach Hase. Rotte Furtz. Asenpups. So. Jetzt schauen wir nochmal rein und beenden wir mal die Abstimmung. Heute Abend oder heute Nacht in meiner Pause werde ich die neue Abstimmung reinmachen. Quasi die, blödes Geschwätz, das ist ja das für nächste Woche. Ja, genau, heute Abend werde ich die neue Abstimmung reinmachen, für übernächste Woche dann quasi, für den, muss man ganz kurz schauen, jetzt sind wir für der 21. Februar, also ab heute Nacht oder ab morgen können wir quasi wieder abstimmen für nächste Woche. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. So, machen wir hier mal die Musik mal aus, dass man hier voll konzentrieren können, wie man hier sieht, größer, Kategorie Dienstagsabstimmung für nächster Bundestag. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Action genau bei Null Stimmen. So, eine pinke Schnürschen geschnitten. Angel, danke dir für dein Follow. Grüß dich, hallihallo. So, Action genau bei Null Stimmen. Also, GTA 5 interessiert niemand. Genauso wenig wie irgendjemand. Hey, was geht? Grüß dich. Gerade am Ende meines Streams angelangt. Wir machen jetzt gerade noch die Abstimmung für nächste Woche. Für nächste Woche Dienstag, wo ihr quasi entscheiden dürft, welche Kategorie wir spielen oder ich spiele und ihr schauen könnt. Und das jetzt rauskommt bei der Abstimmung. Hack and Slay auch genau nichts. Keine einzige Stimme für Diablo 3 oder Chivalry habe ich auch noch drin gehabt. Weil Chivalry auch sehr witzig ist. Ah ja, komm. Ich bin hier schon wieder los. Schönen kommen wir doch noch meine 1000 Follower heute. Gut, normalerweise sollt ihr wieder was sehen, oder? Ja, passt. MMO-RPG mit einer Stimme, da hätte ich auch zur Auswahl gehabt, was war WoW Genau, WoW Herr der Ringe Online oder Elder Scrolls. Das hätte ich vielleicht noch reingemacht. Angel, falls du den Follower-Bot mitgebracht hast, vielen Dank. Nächste mal bitte ein paar mehr, dass ich auf die 1000 Follower komme. Das ist nämlich mein Jahresziel dieses Jahr. Nein, Spaß beiseite. Schön, dass du da bist. So, Rollenspiele auch genau eine Stimme bekomme und Rollenspiele wäre gewesen, was hätte ich hier reingetippt? Rollenspiele, Rollenspiele, Conan Exiles, Skyrim, Assassin's Creed, Valhalla, Diablo 3 oder The Witcher. Survival Games zwei Stimme, Survival Games wäre gewesen DayZ, Deadside, Rust, The Forest oder Valheim. Shooter vier Stimme, das hat mich eigentlich getippt, das war nur ein Spaß, alles gut. War nur ein Witz. Shooter wäre gewesen, das habe ich eigentlich eigentlich nicht gedacht, Counter-Strike oder Fortnite, Rennen mit fünf Stimmen, Rennen mit fünf Stimmen, war Mario Kart, ganz kurz da hochgehen, Horror, Horror wäre gewesen, Labyrinth oder The Forest, Visage hätte ich auch noch, aber da blicke ich nicht durch, muss ich ganz ehrlich schauen. Achtung, Virgo kommt. Virgo kommt. Nee, der Dattelt selber. So, weißt du, der Dattelt? Ja. Okay. Äh, Mario kann es ein Rennspiel, das ist das einzigste Rennspiel, das ich auf dem PC habe, besser gesagt, auf der Switch. Äh, genau, äh, Horror oder halt Simulation, Simulation mit elf Stimmen, eindeutig gewonnen, ETS oder LS. Beste Wege, würde ich sagen, machen wir das gleich, gehen wir direkt mal in, äh, das Glücksrad. Jetzt schauen wir mal, kann man es sehen, ja. Keiner machen vielleicht. Jetzt lassen wir das Glücksrad quasi entdecken. so, dann, bin ich mal gespannt. Achtung, und, 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 ah, nächste Woche Dienstag gibt es wieder Landwirtschaftssimulator. so ein Ding ist das. Nächste Woche Dienstag und wahrscheinlich am Mittwoch Landwirtschaftssimulator. Ja, auch nicht schlecht. Ich kann wirklich arbeiten. Auch nicht schlecht, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder? So, dann sage ich mal, euch zwei im Discord, einen schönen Abend noch, danke fürs Reinschauen. Jo, äh, ich wünsche auch einen schönen Abend. Ich bin jetzt auch raus, Essen machen gleich, weil ich muss es gerade unterbrechen. Was gibt's denn? Ähm, Cordon Bleu. Cordon Bleu mit Pommes. Genau. Kurz und blöd. Na dann. So, euch zwei, schönen Abend noch. Ja. Und für den Rest im Chat, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen, vielen, oh no. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für die, für die vielen Follows, für euren Support heute. Ähm, bleibt noch kurz mit dran. Wir gehen, wir gehen, wir gehen zu, oh, wo gehen wir hin? mehr, Hogwarts Legends, oh, da könnte man schon reinschauen. Nein, 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 wir kommen vom Farming Simulator, wir gehen zum Farming Simulator heute. Und zwar, hier wäre jemand da, hier wäre jemand da, äh, hier wäre jemand da, bei der Vanessa, waren wir schon lange, kommen wir zu der Vanessa. Gehen wir mal. So, so, jetzt, sie, ich wünsche euch was, bis morgen, morgen nicht vergessen, morgen 16 Uhr, geht's weiter. Ciao. 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 Vielen Dank.